Wenn du mich kostenlos unterstützen möchtest, vergiss nicht den Code BENSON im Fortnite-Shop einzutragen. Das wäre auf jeden Fall Ehre und jetzt viel Spaß mit der Episode. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf Benson zusammen mit Fabio. Wir haben heute eine Map, die extra für uns gebaut würde. Oben seht ihr seinen Namen, FXXD1 ist der Gute. Grüße gehen raus an ihn, er hat uns diese Map hier gebaut. Und zwar funktioniert das hier ganz easy. Wir haben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bäume. In jedem Baum versteckt sich eine Waffe. Das heißt, wir werden jetzt abwechselnd die Bäume hier niederholzen und uns damit unseren Loot schnappen. Aber das war noch nicht alles. Ne, 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 ne. Wenn wir nämlich unseren Loot haben, können wir zur Lucky Machine, ja, dort können wir die Waffe reinschmeißen. Und wenn wir Glück haben, wird sie sich verbessern. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel eine Shotgun reinschmeißen. Und wenn ich Glück habe, verbessert sie sich zu einer goldenen Kampfschrotflinte und so weiter. So können wir unseren Loot zusätzlich nochmal verbessern, wenn man Glück hat. Liked auf jeden Fall das Video. Wird mich sehr, sehr freuen, wenn euch die Folge gefällt. Vergesst auch nicht, den Kanal direkt mal zu abonnieren, Leute. Und wir legen jetzt los. Viel Spaß mit der Episode. Der Gast fängt natürlich an. Ja, du darfst den ersten Baum abholen zu Renewen. Ich nehme den hier ganz nix mit. Okay. Mal sehen, was er rauskriegt, Leute. Denn. Oh, yo, Farmers. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Da lohnt sich die Lucky Machine eigentlich ja fast gar nicht mehr. Aber das ist ja schon episch. Was habe ich bekommen? Ja. Desert Eagle. Könnten wir zur goldenen aufwerten. Naja, machen wir am Ende, Leute. Die Lucky Machine. Okay. Weiter geht's. Oder wollen wir nach jeder einzelnen Waffe? Ich würde sagen, nach jeder einzelnen, oder? Ja, lass du machen. Ich behalte meine. Ich mache keine. Also, es ist freiwillig, Fabo. Willst du? Was? Na, wenn die, wenn die, na, du, also du wertest auf oder du verlierst. Also, wenn du verlierst, ist die Waffe weg. Weiter geht's. So. Und. Oh, die werde ich auf jeden Fall aufwerten. Die werde ich selber aufwerten, ja. Okay, die wertest du auf. Okay, also versuchst du es jedenfalls. Ich schaue jetzt mal, was ich rausbekomme. Und los jetzt hier, was nice ist. Oho. Die werte ich auf. Joke. Okay, dann leg du mal los. Ich kann euch das hier kurz mal zeigen, damit ihr das auch gesehen habt. Und zwar schmeißt man die einfach hier in so einen Pool rein, die Waffe. Hier, Leute, hier. Ne, hier schmeißt man die rein. Wenn man Glück hat und die Waffe hier unten wieder rauskommt, dann darf man aufwerten. Kommt sie nicht wieder raus, na, ist die Waffe weg, logischerweise. Hast du... Oh, du Lacker, ne? Sie ist rausgekommen. Ja. Okay, du hast aufgewertet. Manometer. Okay, lass mal kurz gucken hier. Welche ist denn das jetzt hier? Die gibt's ja hier. Ah, doch. Direkt die Goldene... Ah, nee, hier blau. Wollte schon was sagen, ey. Hier, blau. Ja, hättest du wohl gern. Meine... Äh! Farbe und Mabo ist wieder dran. Ich mach aber direkt auch. Ich nehm hier den Baum einfach. Let's go. Ich bräuchte halt noch ne Shotgun. Ne Shotgun? Oder ich hab... Ich hab ja ne Desert Eagle, aber... Uh, Neuburst-SMD. Oh, die werte ich sowas von auf. Ich meine auch. Welche Farbe hast du grau? Drei. Ja, die ist aber auch übel OP. Okay, ich... Also, es wäre natürlich super ärgerlich, wenn ich jetzt die Shotgun in den Sand setze und dann keine Shotgun mehr hab. Aber ich muss die halt aufwerten. Dann soll ich mit ner grauen Tag. Leute, wir machen... Und rein da. Und... Bam! Okay. Bitte, 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 bitte. Oh! Meine auch? Nein! Iiii! Nein! Meine nicht! Erst mal däbben, Alter. Das darf ja wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt die Shotgun... Na gut, es war eh ne graue Tag. War jetzt auf keinen Verlust, Leute. So, du darfst jetzt auf blau. Oh, du hast schon... Du hast sicken Loot. Aber ich eigentlich auch. Na okay, Leute. Weiter geht's. Nach wie vor auf der Suche nach ner ordentlichen Shotgun, nachdem wir die jetzt hier total verkackt haben. Wenn ich den baue. Da ist ne Kampfschrugflinde, müsste es ja noch geben. Und... Los! Ja, die ist geil! Und die werte ich auch nicht auf. Die ist stark genug in Grau. Das passt mir so. Ich hab keinen Bock, die zu... Na, aber ich hab ja die Desert Eagle. Na... Oh! Ne, ich behalte die. Oh, ne Drumgun! Oh nein, absolut OP! Die behalte ich. Welche Farbe? Grün. Dann machen wir direkt weiter, Leute. Nächster Baum. Du hast aber auch keine Shotgun, ne? Hä? Das heißt, der, der jetzt die Kampfschrugflinte findet, hat das Glück. Aber wisst ihr was, Leute? Ich geh full Risiko. Die werte ich auf. Die werte ich auf. Weil die in Gold zu haben, schmeckt aber mal ganz, ganz, ganz doll. Warum zeig ich nicht runter? Doch, locker. Ich hab... Die erste hat er schon geschluckt. Dann kann's ja nicht sein, dass er über der zweiten jetzt hier aufverkackt. Rein in die gute Stube! Los! Wir haben eine Testrunde gespielt. Da hatte ich von fünf Waffen vier Verbesserungen oder so. Ey, ich hab beide Shotguns weggeschmissen. Ich bin so bescheuert, ne? Aber beim Test lief das irgendwie besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Mann, ey. Du hast so ein Lackfarbe, Alter. Wenn das nur goldener gewesen wäre. Ich bin schon voll, ne? Ach, du hast schon fünf. Neuer Baum, neues Glück, Leute. Ich wette, ihr hasst mich jetzt alle, weil ich die Shotgun verkackt habe. Es ist zu mir da... Oh! Ja, die werte ich auf jeden Fall nicht auf, Leute. Ich hab ja schon Skadi. Die bringt mir eigentlich nix. Hast du schon einen Baum? Auch den hier gerade? Okay. Dann nehme ich den in der Ecke hier. Oh, doch. Die werte ich auf. Ja, ja. Ja, okay. Dann müssen wir kurz zurück. Wie viele Bäume haben wir noch? Zwei. Drei. Drei Bäume haben wir noch. Oh, bei dem letzten müssen wir... Da müssen wir spielen, wer den letzten kriegt. Warum? Der, der den breiteren Bizeps hat, also ich. Wenn du jetzt die Aufwertung kriegst bei zwei von zwei... ...null von zwei. Das wäre so ein Witz. Na. Nein! Ja! Oh, ich hab ihn ja kaputt geschossen. Hups! Okay. Na gut, das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, das bringt dir jetzt... Ist das gar eine goldene? Äh, ne. Blau, bitte, ja. Nimm die goldene Skar, sagt er. Das kannst du aber vergessen. Äh, gib mir. Die hätte schon geschmeckt, Leute, ne? Drei Bäume haben wir noch. Ich bau jetzt hier einfach mal direkt den hier vorn. Ne! Doch! So, und... Bandagen, ja wow, was kann ich denn da... Oh, wenn ich die aufwerte... Na, Mattkid wahrscheinlich. Ja, oder Minis. Sollen wir gucken, was es gibt. Machen wir gleich. Okay, was hast du? Wenn du jetzt Minis... Ja! Ja, die taue ich mal auch und werd sie auf. Okay, ich werd meine. Aber lass erst mal direkt noch den letzten Bau machen. Äh, lass Karten zeigen. Okay, wer die höhere Zahl hat, gewinnt. Bist du ready? I'm ready! Und... Dann was? Wir haben den letzten Baum. Ich hoffe, da sind Minis drin. Das wäre nämlich übel, okay. Übel. Ja, komm, da schmeiß mal das weg. Behalten mal. Ich hab drei Sniper so gesehen. Also sind jetzt keine richtigen Sniper. Aber ich hab halt hier diese Flint-Kanone. Ich hab das Jagdgewehr. Und ich hab Desert Eagle. Wisst ihr was, Leute? Ich wehrt die auf. Ich brauch die sowieso eigentlich nicht. Ich wehrt die Buhle auf. Ich schmeiß jetzt mal da runter, wo ich beim Test runtergeschmissen hab. Ja, das bringt mir Glück. Oh, da ist sie aber ganz knapp noch reingeslidet. Und? Aufgewertet! Ja, bei der, wo's mir egal ist. Deine nicht. Geile Säcke. Ja, das wäre aber krass gewesen. Ich glaub, der hätte zu Gold bekommen, ne? Das hätte schon geschmeckt. Okay, wir bekommen blaues Jagdgewehr. Das ist hier. Oh, außerdem die goldene Shotgun aufgesammelt. Da sowas. Spaß. Ach, warte, ich muss die Bandages noch aufwerten. Nee, guck mal. Wenn ich Bandages aufwerte, gibt's Minis. Nein. Es gibt ja nur Minis hier in der Auswahl. Nee, dann nimmst du halt nix. Ja, hä? Die wären jetzt sowas von aufgewertet. Und ich würde dir dringend raten, dass du mal beide Finger kreuzt, dass ich jetzt hier keine Aufwertung kassiere. Wir gehen auf die Rückseite. Nee, die Rückseite hat mir nur Pech gebracht. Nee, nee, nee. Wir gehen hier. Wir gehen hier ins letzte Drittel, Leute. Hier schmeißen wir die runter. Zack, und runter. So, los, los. Schnell. Nein. Yeah. Das sind die Minis, 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 Minis. Wir befinden uns auf der weltberühmten Battle Map, höchstpersönlich für mir gebaut. Im Grunde gibt es noch eine Regel. Und zwar den Mini darf ich pro Runde nur einmal benutzen. Also sprich pro Leben. Also wenn ich sterbe, darf ich ihn wieder einmal benutzen und so weiter. Bist du bereit, Fabo? I am ready. Wer hat zuerst drei Kills, hat gewonnen. Auch die Plätze. Fertig. Du baust schon ab, hallo. Darf ich auch noch abbauen, du Geflieger? Let's go. Oh. Oh mein Gott. Ich habe direkt verloren. Einmal den Mini nehmen. Mann, den kannst du noch nicht, ne? Jetzt kannst du ihn aber nehmen. Jetzt kann ich ihn nehmen. Mann, die Farmers ist ja abnormal. Oh, der hat gesessen, alter, ne? Äh, hoho. Ich nehme auch noch meinen Mini. Krass, geile Minis. Hey. Interessant. Oh, ich habe genau gleich viel. Oh, ich habe genau gleich viel. Oh nein. Ich dachte, ich kann... Ich habe keine Mets mehr. Oh, was? Und ich darf ein Mini nehmen. Hoho. Ach nee, durfte ich gar nicht. Bin ja nicht... Oder? Wie machen wir das? Gott, ich habe meine eigenen Regeln nicht verstanden. Ich glaube, ich habe den illegal gerade genommen. Farmo. Okay, dann nehme ich nächste Runde einfach, Kai, wenn ich sterben sollte. Passt schon. Das ist so schlecht, was ich hier mache. Was willst du denn? Nein. Ich wollte es nur tun, als ob... Ja, so hoffe ich, dass ich gecheckt habe. Hast du nicht viel? Keine Mets mehr. Mann, ich habe nie Materialien hier. Oh, aber... Yes. Ja, schade, du kriegst den Heal jetzt, ne? Das heißt, ich habe dir gar keinen Schaden gemacht. Mann, wie... Ich brauche unbedingt Materialien hier, Leute. Ja, ja, ja. 500 ist einfach zu wenig. Oh. G-Plan hast du dir mal anders vorgestellt, ne? Das ist deine Platte. Hehe. Boah. Du Sau, ey. Boah. Als ob das nicht gesessen hat. Ach nee, ich darf ja kennen, wir nicht. Ich habe ja meinen einen schon verbraten. Lass mich doch mal meine 90-Scouts flexen. Hat er angetäuscht. Habe ich auch, war nice, ne? Nein. Oh, das war so schön angetäuscht von mir, ne? Das war echt ein nicer Move eigentlich. Aber es ist absolut one-hit. Ich? Ja, weil das jetzt den Heal bekommen natürlich wieder ein bisschen. Aber low solltest du trotzdem sagen. Okay, alles nach Gangrad. Was geil ist, du hast dich getroffen, aber ich auch nicht. Ah! Was? Wieso denn ohne Cheat? Du hast doch noch ein Leben, oder? Weiß ich nicht. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat die Folge gefallen. Lasst unbedingt ein Like da. Flankt den Like-Button für mehr Fortnite-Videos, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert auch meinen Kanal kostenlos. Und schaut auch bei Fabo Mabo vorbei, den Suro-Gewinner. Nein, Spaß. Wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Benzon. Tschö! Jo! Vielen Dank.